Das muss von der Baustelle da irgendwas sein Ja Ich versuche es dann gleich aufs Tach zu machen, gell Baustelle ist wie geklaut, weißt du alles? Äh da gerade für die 175 markiert in der Boulder 3 Ja ich habe keinen Scope Racer hat genockt Racer ist genockt? Nein, er hat ihn genockt Aber ich habe keinen Scope, das war ein Glücksschuss Ja 3er gibt es bei mir wie gesagt Ich habe nur eine Pistole und meine SKS Ist da oben da was? Äh Ich nehme einfach das da Was ist denn? Ich habe einen Schuss Ich habe einen Schuss Ich habe einen Schuss Ich habe einen Schuss Hier unten reingeht Ja Ich habe ihn gesehen, bei mir Stiege Da oben Da oben ist noch so 2SKL und das ist schon rücken da Äh der Rucksack Der unten in die Tür reingegangen ist Den hast du gekriegt? Ja den habe ich Einen habe ich Ich weiß nicht ob War einer Zweiter War einer Zweiter Ja Und wo ist der? Auch auf der Stiege Du musst aufs Dach einfach Bei mir draußen ist der Wo? Ne das bist du ja gar nicht Du bist ja oben am Dach Ich bin am Dach Ja Dann habe ich verkehrte Schritte gehört Ich glaube er ist hinten raus Kann das sein? Keine Ahnung Kommst du auf Martin? Er hat C4 Unserer ist down Mit der roten Zahne hin Da habe ich ja irgendwann noch keinen Scope wegen Ich sehe nichts hier Unserer ist gnockt gell? Der schießt vor außen Ja die sind zwei Mann hier unten drin Einen habe ich gnockt Der hilft denen gerade auch Oi 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 Links rechts Unten da am Am Billard So Beide da? Ja Digite Witzker Die machen wir auf dem Weg zu unsern Er sind unter mir User disconnected from your channel Ein paar Kills Ich bin down Ich bin safe Ein paar Kills Ich bin down Ich bin safe Ach scheiße Das Auto steht hinter uns Ein habe ich gnockt Ich bin auf Jocker ist down Meine Fresse Nur den Rahmen getroffen Nein Komm her Ich heile ihn So Und ein neuer Hermann Nein Granate aufzauern Ah fuck Der ist gut gestockt getötet Ja genau 2 2 Ja Help me please Das ist der Smoke noch Es kommt weg 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 Ah Unten steht er Rausen oder Unten an der Mauer Ja Oben Ja Martin Unser Held Ich bin genau da wo du jetzt bist mit der Maße Komm 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 Ich habe keine Zeit Ich habe keine Zeit Ich bin fertig. Da leist ich hinten aus. Von dem Razer neben, Martin. Von dem Star vom Razer. Hier ist er. Auf Nord-Oster ist er, Martin. Du, Brian. Ein Hit. Er ist jetzt hinter dieser blauen Kiste hier. Versteht ihr ihn? Ja, weiter. Wo ist er? Hinter der blauen Kiste. Schnell. Läuft noch einer. Oh? 45 von mir aus. Jetzt hat er kassiert. Ah! Ich hab... Du musst eine KI gewinnen. Ja. Eine KI. Von der Polizei, oder? Doch, keiner. Gott. War der sofort hin? Ja. Glaub ich schon. Da ist er an der Mauer. Ja, ich seh. Der leitet er durch. Ja. Achtung, Granate. Steck ein, steck ein. Schmoke ist es. Ne blaue, ne blaue. Martin, einsteigen. Getausch. Oh nein. Von einer gleicht ganz schön. Ah, mach. Ach. 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 Er ist ausgestiegen. Ausgestiegen. Erwischt. Ein Expert. Der Schlau in die Mitte zu steigen. Wer da sind dran, wollen wir uns lieber den Polikuschen da rüber, ne? Der eine läuft da über das Feld. Wo ist der? Da. Da reicht es im Feld, aber es sind mehrere. Ah, der ist schon weg. Der wurde von da beschossen. Wo? Links von dir? Hier. Den zwei Mann. Da ist noch keiner gewesen. Da einen hast du. Da ist noch keiner gewesen. Ah! Du bist ja nicht offen, weil du nicht die Knochen geklapp hast. Ja. Ah, habts doch den an umgebracht.